Die meisten Menschen denken heute immer noch, dass all die Unterhaltung in Filmen und TV-Sendungen nichts weiter als Unterhaltung ist. Das war jedoch niemals der Fall. Die bedeutungsvollsten gesellschaftlichen Botschaften werden durch Filme und TV-Dramas beworben. Durch die Verankerung von emotionalen Szenen. Emotionale Szenen, nicht logische, faktische Szenen. Man vermittelt Dinge auf einem emotionalen Weg, die dann im Gehirn aufgenommen und gespeichert werden. Emotionale Inhalte sind sehr wichtig, im Gegensatz zu Diskussionen oder einem Streit unter der Verwendung von Logik und Fakten. Es gibt keine Debatten und wenn man unter dem Einfluss von Fiktion steht, dann ist deine Deckung unten. Der Filter in deinem Gehirn ist nicht aktiv. Er sagt nicht, ja, ich stimme dem zu, ich stimme jenem nicht zu, wie in einer Debatte oder einer Lehrveranstaltung. Man befindet sich in einem Alpha-Zustand und es werden neue Ideen in dein Gehirn übertragen. Im Laufe der Geschichte haben Sozialwissenschaftler Techniken verbessert, die entworfen wurden, um große Bevölkerungen zu kontrollieren. Vor über 100 Jahren wollte diese große, weitverzweigte Organisation die Welt regieren mit Großbritannien als Kern eines Systems, als Embryo, welches dann mit den USA verbunden werden würde, unter dem angloamerikanischen Establishment. Man schrieb über die Art von Kultur und die Veränderungen der Kultur, über einen Zeitraum von 100 Jahren, die sie tatsächlich entwerfen und umsetzen würden. H.G. Wells sprach auch darüber, er sprach über Stadien. Er sagte, Stadien könnten überall auf der Welt errichtet werden, für Sport zum Beispiel. Zu jener Zeit war Sport etwas, für das sich Kinder, Schulkinder begeisterten. Erwachsene waren erwachsen und beschäftigten sich mit Dingen, die für Erwachsene typisch sind. Es war zu der Zeit unvorstellbar, dass Leute eine Notwendigkeit verspüren würden, für Erwachsenen Sport und Unterhaltung, geschweige denn, dass Stadien überall auf der Welt gebaut werden. Aber er sagte, dass dies gelingen und man den Männern eine Sportkultur andrehen könne, unter Zuhilfenahme des Stammesdenkens. Wir alle praktizieren zu einem gewissen Grad Stammesverhalten. Deshalb machen wir uns ja auch die Mühe, einen Stammesführer zu wählen. Das ist wohl bekannt. Das ist der Grund, weshalb wir diese Führer geliefert bekommen. Und weil der Durchschnittsmann weiter von seinem eigenen Schicksal abgekoppelt werden sollte, während die Gesellschaftsklasse der Gebildeten aufstieg, wurde entschieden, dass die Männer in der Form von Sport ihren Ersatz bekommen und zunehmend hilflos werden. Deshalb sollte ihnen eine Stammesgruppe gegeben werden, mit der sie sich identifizieren können. Sie konnten jener bei Erfolgen zujubeln. In ihren eigenen Leben kamen sie auf keinen grünen Zweig. Sie wurden quasi entrichtet, während Experten in allen möglichen Bereichen ihnen Entscheidungsprozesse abnahmen. Das war also angewandte Psychologie geplant, bevor man überhaupt den Sport benutzte. Als das Radio kam, nutzten sie es natürlich bis zum Äußersten. Sport für die Männer, Seifenopern für die Frauen. Und dann kam das Fernsehen mit dem Alpha-Zustand, dem hypnotischen Zustand. Und in den 1960er Jahren, 50er und 60er, wurde es erfolgreich, richtig erfolgreich. Und Männer saßen Samstagabende vor den Sportsendungen. Eine Kulturindustrie, welche von Insidern auch so genannt wird. Die Sowjetunion hatte eine Behörde für die Kulturindustrie. Deren Schauspieler und Regisseure wurden die kulturellen Führer genannt. Menschen sind wie Computer. Alles, was man tun muss, ist ihnen regelmäßig neue Updates zu geben. Und so kann man ein gesamtes Land verändern, eine Nation oder einen Block von Nationen. Wir alle bekommen auf verschiedenen Farben entlang gleichzeitig die gleichen Uploads, Upgrades. Heute nennt man es politische Korrektheit. Die meisten Menschen wollen zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld dazugehören. Sie wollen so sein wie alle anderen, wenn es um Meinungen geht. Sie beurteilen ihre eigene geistige Gesundheit, indem sie Ideen gegenüber ihren Nachbarn und Freunden äußern, die sich über diese Themen zustimmen, zurückäußern. Es ist egal, ob dir Fakten oder völliger Unsinn gegeben wurde. Solange jeder gleichzeitig zustimmt. Du sagst, ich bin bei Verstand und deine Freunde werden alle zustimmen, weil ihnen die gleichen Informationen gegeben werden. Sie wurden programmiert und das macht mich traurig, weil ich weiß, dass es schwer für solche Leute ist, sich ernsthaft zu interessieren für das Weltgeschehen, sich ernsthaft dafür zu interessieren, was ihre gewählten Funktionäre treiben. Und sie werden nicht wirklich das Bedürfnis verspüren, die Täuschungen zu untersuchen oder zu entdecken, die gegen sie verwendet werden. Also macht es mich traurig, weil ich all das als ein Anzeichen dafür sehe, wie leicht es ist, die Massen zu manipulieren. Die wissenschaftliche Diktatur versteht, wie wir Menschen ticken. Sie verstehen unsere Psychologie, sie haben sie erforscht und sie verwenden sie gegen uns. Aber sobald die Bevölkerung die Tatsache realisiert, dass es eine Agenda gibt, um sie zu manipulieren, und sobald die Bevölkerung realisiert, dass sie konditioniert und kontrolliert wird, dann wird das Establishment zunehmend seinen Vorteil gegenüber den Leuten verlieren. Ich bitte also die Zuschauer, für sich selbst zu denken, Public Relations zu studieren, Werbetechniken zu studieren, Propaganda zu studieren, und zu begreifen, wie viel davon in ihrem Leben zu finden ist. Und treffen sie dann Selbstentscheidungen. Ich möchte einfach, dass die Leute selbst denken, dass sie ihre Entscheidungen, ihre Gedanken und Ideen nicht im Voraus zusammengestellt und dann auf sie übertragen werden. Es läuft im Fernsehen und ein berühmtes Gesicht sagt es, also muss es wahr sein. Die Person muss ihnen keine Fakten oder sonst irgendetwas zeigen. Sie sind mit diesen Gesichtern aufgewachsen. Deshalb lässt man diese Typen im Fernsehen auftreten, bis sie über 70 oder 80 Jahre alt sind. Sie sind mit dieser Vaterfigur aufgewachsen, die jeden Abend um 6 Uhr im Fernsehen ist. In ihrem Haus, in ihrem Zimmer, der ihnen in die Augen blickt. Er ist eine Vaterfigur. Würde er sie jemals anlügen? Natürlich würden sie ihn niemals verdächtigen. Und derselbe Mann wird sie durch neue Themen führen. Er wird Experten über diese Themen vorstellen. Man hat diese kleinen Zusammenfassungen am Ende jedes Gesprächs und übrig bleibt für uns diese Schlussfolgerung, die präsentiert wird. Man kommt nicht selbst an dieser Schlussfolgerung an. Es wird uns gegeben und damit sind wir zufrieden. Als ich aufwuchs, unterhielten sich Leute auf ihren Verandas. Nachbarn spielten Baseball. Es gab abends Grillfeste. Das gibt es heute alles nicht mehr. Wir haben unsere Gemeinschaften verloren. Wenn man durch die Nachbarschaften fährt, sieht man das blaue Leuchten der Fernsehgeräte. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. Indem wir als Gemeinschaften zusammenkommen, indem wir unsere Nachbarn kennenlernen, schlagen wir die Sozialwissenschaftler. Wir sind heute perfekt programmiert wie Maschinen. Wir betrachten das im Hinblick auf Brzezinski. Er sagte in Two Ages, und man muss bedenken, dieser Typ hing eng zusammen mit der NSA. Er ist ein meisterhafter Geopolitiker. Er gibt zu, dass er in Bezug auf andere Länder und Geopolitik mit Zeiträumen von 20 bis 50 Jahren im Voraus plant. Er hat selbst gesagt, die Bevölkerung wird bald nicht mehr in der Lage sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er meinte das in Bezug auf die Form der Informationen, die den Leuten gegeben werden, die Art, die Schemas, die in den 1970er Jahren verwendet wurden. Letztlich würden die Menschen unfähig sein, selbst zu denken oder vernünftig zu urteilen. Er sagte, dass die Leute letztlich erwarten werden, dass die Medien all das Denken und vernünftige Urteilen übernehmen. Das ist heute der Fall. Deshalb können die Leute heutzutage nicht außerhalb der Programmierung durch das Fernsehen denken. Zbigniew Brzezinski, Obamas wichtigster Außenpolitikberater, spricht darüber, wie ein Personenkult künstlich fabriziert werden könne, um die Massen zu beeinflussen. Wir sind naiv und zwar vorsätzlich naiv. Wir wollen, dass ein menschliches Wesen, eine große Vaterfigur kommt und alles für uns ins Lot bringt. Und solange wir das glauben, werden wir immer im Prinzip hereingelegt werden. Unsere Zuschauer, das ist opportunistisches Pack. Die wollen sich nicht minderwertig fühlen, weil sie keine klugen Bücher lesen. Die wollen Titten sehen und wissen, wie man Steuern spart. Das ist das wahre Leben für sie. Okay, und wäre es dann nicht vielleicht an der Zeit, dass Sie mal jemand von dieser Wahnvorstellung befreit haben? Hier, irgendjemand bestimmt. Wo unsere Aufgabe ist es nicht, bessere Menschen zu erschaffen. Das ist Geschäft, Rainer, das ist ein Business. Ich kann diese ganze Scheiße nicht mehr hören. Was? Mainstream ist immer scheiße und Qualität ist was für wenig Auserwählte oder wie. Das ist doch schwarz. Dann geh mal runter auf die Straße und red mal mit den Leuten. Und du wirst sehen, kein Mensch da unten ist so blöd wie die Shows, die wir produzieren. Ja, aber dann frage ich mich schon, wer die ganzen Britney Spears CDs kauft. Komm, Rainer, gib sie jetzt auf. Die Leute reagieren einfach nur auf Müll. Ja, genau deswegen sollten wir vielleicht aufhören, sie damit zuzuscheißen. Du gibst doch deinen Kindern auch nicht ein ganzer Süßigkeiten zu fressen, oder? Ja, gut. Wenn du das jetzt noch unseren Werbepartnern klar machen könntest. Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein. Und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten, gedenkt. Weißt du von wem das ist? Adolf Hitler, Mein Kampf. Du weißt ganz genau, dass du es nur meinem Einfluss zu verweiligst. Dein Einfluss, dein Mann, ich glaube, was du verdankest. Das later Mut war keine Weisende. Du hast es nur schattgefunden Zeit. Wißt du, was dein Einfluss ist? Ihr züchtet hier noch heute völlig identischer Mutanten ran. Ihr zerstört eine Kultur. Ihr zerstört eine Gesellschaft. Und ihr habt noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, was? Guck dich doch an, du blöder F***er. Guck dich das selber an. Du hast doch von Anfang an dabei, du. Aber nicht mehr. Ich glaube, das ist Verpiss, das ist Verkuckst, das ist ja schluss. Lösungswort. Meine Liebe, Dauernfrühstück. Dauernfrühstück? Ich glaube, dass es ein bisschen hängt. Wir werden also hier... Entweder ich lasse mir das Fett absaugen oder er verlässt mich. Liebeshandgriffe oder Loudhandles, das heißt... Guck dich mal an, du Fettiglampe, du bist doch viel zu fettig. Guck dich mal an, du Fettiglampe.